Sie ist der Rubin, der euch noch fehlt. Das ist unmöglich. Charlotte ist die Genträgerin. Sie, der ihr und so weiter, an dem Tag der Geburt, wurde sie dann eigentlich vorausberechnet. Sie waren ja sympathisch nicht, oder? Entschuldigung. Vielleicht kriegen wir noch einen schönen Outtake. Oh, fuck! Moment, jetzt geht's gleich wieder. Tut mir leid, dann wäre echt leid. Na toll. Ich glaube, wir fangen nochmal an. Danke! Ich glaube, wir fangen mal an. Hier ist zum Timothy, wir können all tanzen. Ich erzähle über die B-E-E, das wird uns im Zischen gehen. Es wird schnell, schneller, schneller. Untertitelung des ZDF, 2020